Wir erleben die größte Finanz- und Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Am meisten betroffen sind die Menschen in den Ländern des Südens, die, die am allerwenigsten dazu beigetragen haben. Die Anzahl der Hungernden ist weltweit auf über eine Milliarde Menschen angestiegen und die Welt gibt Billionen für die Rettung der Banken aus. Ein Bruchteil dessen würde genügen, um Armut und Unterernährung zu bekämpfen. Entwicklung braucht Gerechtigkeit. Deshalb fordert die Linke eine andere, nämlich gerechte Weltwirtschaftsordnung und eine umfassende Entschuldung, damit eine selbstbestimmte Entwicklung des Südens möglich wird. Wir wollen die Spekulation mit Nahrungsmitteln verbieten und die ländliche Entwicklung fördern, damit das Menschenrecht auf Nahrung endlich verwirklicht wird. Dafür sind weltweite soziale und ökologische Bewegungen, zum Beispiel das Weltsozialforum, Gewerkschaften, wichtige Bündnispartner. Wir setzen uns dafür ein, dass die Utopie des großen chilenischen Dichters Pablo Neruda eines Tages Wirklichkeit wird. Erde, Feuer, Brot, Mehl, Zucker, Meer, Bücher, Heimat für alle.